Das Fahrenheitische Gesetz bestimmt den Stoffumsatz bei der Elektrolyse. Der Stoffumsatz hängt von der Stromstärke und von der Zeit ab. Die Spannung spielt für die Abscheidungsgeschwindigkeit keine Rolle. Trotzdem ist die Spannung nicht unerheblich für die Elektrolyse. Wir wollen die Elektrolyse-Spannung heute etwas näher diskutieren. Wenn wir eine Salzsäure elektrolysieren wollen, also zwei Elektroden, Kathode und Anode, in dieser Lösung platzieren, eine Spannung anlegen und diese langsam hochfahren, dann stellen wir fest, dass bei kleinen Spannungen überhaupt kein Strom fliegt. Erst ab einer Zersetzungsspannung fängt Strom an zu fließen. Die Stromstärke steigt dann relativ schnell an. In unserem Beispiel würde für die Zersetzungsspannung von Salzsäure ein Wert von 1,38 Volt gemessen. Wir müssen auch für die Elektrolyse die Spannungsreihe beachten. Wir haben eine Kathode, eine Anode, entsprechend Anoden- und Kathodenreaktionen. Wir müssen selbstverständlich die entsprechenden Elektrodenpotenziale bereitstellen. Wenn wir Salzsäure setzten wollen, haben wir eine Wasserstoffkathode. Wir können die Leerlaufspannung mit der nernischen Gleichung berechnen. Wir haben eine Chloranode. Auch deren Leerlaufspannung können wir mit der nernischen Gleichung berechnen. Wenn wir uns die Werte aus der Spannungsreihe anschauen, haben wir 0 Volt für die Kathode und 1,38 Volt für die Anode. Damit die Zelle im Leerlauf läuft, müssen mindestens diese 1,38 Volt angelegt werden. Wenn wir die Spannung hochfahren, dann wird sich an der Kathode die Reaktion als erstes ereignen, die das höchste Redoxpotenzial besitzt, die den größten Elektronensog besitzt. An der Anode wird sich die Reaktion als erstes abspielen, die das geringste Redoxpotenzial besitzt, die den größten Elektronendruck liefert. Wenn wir z.B. Kupferionen und Zinkionen in der Lösung haben, dann werden sich an der Kathode zunächst mal die Kupferionen abscheiden. Wenn wir Jodid und Bromid in dem Elektrolyt haben, dann werden sich an der Anode zunächst die Jodidionen abscheiden, weil sie leichter zu oxidieren sind. Zur Elektrolyse einer Kupferjodidlösung benötigten wir also eine Mindestspannung von 0,2 Volt. Bei geringen Spannungen ist der Widerstand unserer Elektrolysezelle unendlich hoch. Ist die Zersetzungsspannung erreicht, können wir einen Innenwiderstand der Elektrolysezelle messen. In unserem Beispiel hat der Innenwiderstand den Wert von 8 Millionen. Die Zersetzungsspannung, die wir nach der Nernstein-Gleichung ausrechnen, ist nur eine Mindestspannung. Denn die Werte in der Spannungsreihe beziehen sich auf stromlosen Zustand. Wenn wir tatsächlich Strom fließen lassen wollen, werden sich die Potenziale an Kathode und Anode verändern. Wir haben eine sogenannte Überspannung, eine Abweichung vom Gleichgewichtswert. Bei 1 mA Stromdichte ist das Potenzial an der Kathode niedriger und an der Anode höher. Wenn wir die Abweichung vom Gleichgewichtswert betrachten, haben wir an der Kathode eine negative Überspannung von 0,6 Volt und an der Anode eine positive Überspannung von 0,09 Volt. Wenn wir 1 mA Strom fließen lassen wollen, brauchen wir eine Klemmspannung von 2,07 Volt. Die Überspannung hängt auch vom Elektrodenmaterial ab. Ein und dieselbe Reaktion, etwa die Bildung von Wasserstoff oder Sauerstoff, ist an unterschiedlichen Metall mit verschiedenen Überspannungen vermittelt. Manchmal ist Überspannung auch ganz nützlich. Wenn es nicht diese hohe Überspannung am Blei gäbe, wäre ein Bleiakkumulator überhaupt nicht aufzubauen, denn 2 Volt liegt über der Mindestersetzungsspannung von Wasser. Ursache für Überspannung sind Hemmungen, die mit dem Ladungstransport einhergehen. Wir unterscheiden Migrationsüberspannung, Diffusionsüberspannung, Durchtrittsüberspannung und Reaktionsüberspannung. Migrationsüberspannung ist durch den ohmschen Widerstand des Elektrolyten verursacht. Diffusionsüberspannung entsteht bei hohen Stromdichten, wenn die Schicht vor der Elektrode an Ionen verarmt. Durchtrittsüberspannung tritt immer auf. Sie ist mit der Aktivierungsenergie der Durchtrittsreaktion verknüpft. Reaktionsüberspannung kann auftreten, wenn sich aus primären Elektrodenprodukten Moleküle bilden. Die Mindestersetzungsspannung bei der Elektrolyse kann man nach der nernischen Gleichung und den Tabellenwerten der Spannungsreihe berechnen. Es soll ein Strom ungleich Null fließen, so müssen wir noch Überspannungen addieren. Diese Überspannungen sind auf Hemmungen zurückzuführen, die bei Stromfluss auftreten und ohne Stromfluss nicht vorhanden sind. will der 30 bei Mö Vielen Dank.